Jetzt stellen wir Ghost vor. Ghost ist in der letzten Woche entstanden. Wer uns auf Facebook folgt, der hat ein bisschen was davon mitgekriegt, oder auf Instagram, da haben wir Fotos davon gezahlt. Wir sind jetzt sehr gespannt, ob das das ganze Leben auseinanderfliegt und ob es wirklich klappen wird. Was ist das, was ist das? Wir haben immer Ghosts in der Maschine, unanticipated. Diese Free Radicals engender Fragen der Freiheit, der Freiheit, der Freiheit und auch der Natur, was wir sagen, der Soul. Wir haben immer Ghosts in der Maschine. Like, shoo, shoo. Like, shoo, shoo, shoo. So, love you. Wow. Woooo! Yeah!